Gut, perfekt. Ich muss sagen, Verstattung. Danke, Frau Wiedert, für die gesamte Testation. Wir haben ein ganz interessanter Ansatz, dass wir auch mal anderweitig Blöcke, die uns alternativ sind, bestellen können wir doch, dass das Thema sehr aufwendig ist, um eigene Blöcke, dass das Thema mit individuellen Themen umzusetzen wird, doch sehr, sehr aufwendig ist. Ansonsten fangen wir jetzt an mit meiner Präsentation, und zwar geht uns das Thema Gutenberg in der Eigentübung von dem wir integrieren, was wir hier verlegt, um die im Großen und Ganzen, mal gut gesagt, wir haben ein New Framework, wir verwenden unter anderem Gutenberg, und wie kann man das so integrieren, dass das Ganze mit dem Framework einpasst, damit das Ganze an Ausgaben einzusetzen, wie wenn ich jetzt auch eine eigene Ausgabe generiere, auf einer Teilseite, etc., das ist das, was ich heute kurz zeigen möchte, was meine Ansätze sind oder die Ansätze sind, die mir intern verenden, was die Hintergründe dazu sind, und wie das Problem aufgebaut ist. So, kurz neuer Person, Herr Steffen Fried, ich bin Geschäftsführer von der ARK 1.8.0.0.0.0.0.0.0.0, Ich bin selbstständig tätig seit 2011, bin ursprünglich gelernter mit seinem ARK-Techniker und bin seit mittlerweile 15 Jahren in der klassischen Erkrankung aktiv, und im Endeffekt WordPress mache ich, oder sehe ich mir im Endeffekt seit 2010 an und entwickle damit auch das System aktiv, und wenn ich das ganz gerne fühle, sämtliche Sachen, also jetzt nicht nur für die klassische Webseite, sondern auch darum hinaus für diverse Tourismus-Systeme, z.B. auch ein Buchhaltungssystem, etc., das heißt, ich bin etwas tief in der Materie drinnen, weil ich das System nicht nur als klassisches CMS gebracht werde, sondern halt auch einfach als Art-Frame, und zumindest auch mein Ansatz. Ansonsten, kurz um zu allen Kuren, wir sind im Inneren für die Digitalagentur, haben mittlerweile vier Mitarbeiter, haben direkt unsere Büro am Flughafen Wien, haben zwei Themen, die wir abdecken, das ist zum einen Web-Development, und zum anderen Digital-Marketing, insbesondere mit dem Schwerpunkt Facebook, bzw. Instagram-Integrierung, weil da weiß ich vergessen, eine Webseite ist ja schon gut, das soll allerdings nicht mehr bringen, als nur Webseite spielen, sondern geht von darum, dass das Ganze soweit miteinander fungiert und agiert, dass das Ganze auch verkaufen kann, und dann haben wir uns vergessen, dass das Ganze funktioniert, damit die Leute, die an der Webseite umgesetzt wird. Kurz vor allem zum technischen Themenbereich. Im Endeffekt ist es wieder ein, zum einen mal klassisch beklaren, um die Gutenplatte gehen, zum anderen auch um ACS, zum Beispiel Funktions-Custom-Fields, die relativ bekannt sind, auch in der Thematik M-U-Plugins, also Mastus-Plugins, Custom-Film, in dem Fall von Wurz, das sogenannte Sarge-Starter-Film, auf dem wir die Dinge aufbauen. Dann ist natürlich auch in dem Bereich Actions und Filters, also sprich klassische Books, die man einsetzen kann, um diese Dinge zu erweitern und zu bearbeiten, auch in diesem Bereich und im Endeffekt nur die Thematik EEM, also sprich Block, Element und Modifier. Ansonsten, jetzt weniger aus der technischen Sicht, sondern vielmehr aus dem Themenbereich, warum ist sowas halt? Das Ganze zum einen, um die ganze Thematik zu standardisieren und zu freistufen, um das Ganze auch erweiterungsfähig zu machen. Das ist mir natürlich nicht mehr ganz wichtig, aber auch wenn das Ganze nachhaltig funktioniert, wenn man seine Website umsetzt, und die mich schlussendlich auch die Thematik unterschaliert. Gut, kommen wir an mit dem Gutenberg-Editor. Ist im Endeffekt der neue Alexander Dörpers. Dort ist es so auf die GED-Editor, seitdem es um 5.0 in folgendem wird. Ich denke, es ist so auch bekannt. Hat im Endeffekt einzelne Inhalts-Elemente, den wir schon vorhin gezeigt haben. Das heißt, es gibt verschiedene Elemente, mit dem ich in der Lage bin, eben einen Artikel oder eine Seite aufzubauen. Da das jetzt eben klassisch eine Überschrift, ein Text, ein Foto, ein Video etc. Vor allem ist noch hier in der ganzen Geschichte, es ist eine wunderbare Track-and-Drop-Lösung. Das heißt, die kann relativ einfach und ohne großen Aufwand mit innen über den Inhalt zusammenstellen und hat dadurch eben eine kreative Freiheit, was dann eben die Umsetzung betrifft von den Content-Inhalten. Für mich, als ich das erste Mal gesehen habe, ich bin nicht gleich zuvor auf den Zug aufgesprungen, sondern bin jetzt ein bisschen später dazugekommen zum Gutenberg, erst als im Polen gekriegt wurde, weil damals noch nicht ganz klar die Situation war, wird das jetzt auch tatsächlich integriert, wird das jetzt auch der neue Editor oder ist das jetzt mal ein Experiment, was mittels eines Planes mal zur Verfügung steht und wird das ja dann doch in den Inhalt geschossen. Als ich, wie gesagt, das erste Mal gesehen habe, war für mich so, wow, endlich flexibel, endlich gibt es da die Möglichkeit, dass man das Ganze nicht mit einem überladenden Windspieler, als wir das jetzt mit Divi, mit Elementor, mit Avara zum damaligen Zeitpunkt das Ganze aufbauen kann, sodass man hier eine relativ schlanken Lösung hat, die auch hat im Ape-technisch eine sehr klassische und einfache Struktur, was den Habe und MPU betrifft, auch darbietet. Eben, dass auch die ganzen Inhalte, die eingegeben werden, getrennt sind und ja, wie schon vor der Wien, dass das Ganze relativ flexibel ist, was dann die Anordnung betrifft oder halt auch die Komplexität, wenn man halt dann entsprechende Dinge zusammenführen möchte. Wenn wir jetzt kurz zurückblicken, von wo kommen wir im Endeffekt alle Herzen schon länger bei Plus-Fremden, das heißt, als wir schon im Vorgang betrachten, der Neumann klassische Timing-MCE, das heißt, das war im Endeffekt ganz klassisch eine reine Textbearbeitung, die bis hin konnte halt nur pass, nur mehr oder weniger, man hatte die Möglichkeit, mit Hilfe von Format-Erreiterungen, dass man das Ganze ein bisschen individualisieren kann, aber schlussendlich, man hatte jetzt viele mehr große Möglichkeiten, als Text einzugeben, Überschrifter einzugeben, ein Bild einzufügen und dort im Endeffekt das Ganze nach links oder rechts zu positionieren. Wenn man das Ganze ein bisschen erweitern wollte, aber wenn man dann irgendwelche Spezialfunktionitäten haben wollte, dann waren wir im Vorgang im Endeffekt. Im Endeffekt, hier sieht man jetzt klassisch aus der sogenannten 3er Version, 1 und 0 Version, die halt früher im Endeffekt klassisch ein Post hinzugefügt worden ist, oder halt auf eine Seite und hat dann einfach oben einmal den Titel gehabt, sondern ein Bild und darunter einfach den Textbereich, wo man in der Lage war, dass man eben klassisch einen Text eingibt, oder halt ein bisschen, sofern man sich als Anwendung auskennt, HDR einfügen kann. Mehr Möglichkeiten gab es nicht, ausgenommen jetzt noch, dass man ein Datenfest nehmen konnte und dann halt noch eine Kategorie und ein Autor, also das ganze klassische Literdaten und Informationen hat. Aber wenn man bisher halt mehr haben wollte und das Ganze individualisieren wollte, sich noch ein bisschen bespielen wollte, was war dann halt klassischer Automativweg, man hat mit sogenannten Shortbooks gearbeitet. War auch so super, weil das hat man einfach hinterlegen können, das war damals sehr umfangreich, weil fast dann jedes all die zunäufige Plugin, was das Frontend in den Ausgleich erzeugt hat, ab einem Shortbook und vielfach. Also wenn man das ganz klassisch daran denkt, wäre das jetzt ein Beispiel in Platform 7 oder auch einem WooCommerce, wo man im Endeffekt mitglied für einen Shortbooks einen kompletten Bereich ausnehmen konnte. An sich eine gute Idee, die ja damals vom BHB-Forum BHB-Price übernommen worden ist, die grundsätzliche Idee. Es war dann jetzt so ein bisschen inflexible, die nur geboten, allerdings so wichtig war eher die Frage, das was es tun soll, aber wenn ich jetzt das ganze individuell haben möchte, habe ich nicht viele Möglichkeiten, also dass ich jetzt ein paar Parameter hinzufügen kann, damit ich ein paar Einstellungen vornehmen kann, um etwas individualisieren zu können hinsichtlich. Ich möchte, dass das ganze jetzt nicht auf die Folie reinbegeben, sondern dass das ganze linksbündig ausgegeben wird, oder rechtsbündig ausgegeben wird, etc. Anwenderfehlern. 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 Man hat dann oftmals mit die sehr affin ist, was den Halbos von mir betrifft. Dann kam, in Endeffekt, 2010, 2011, das war, ich denke, einer der ersten Missionen, war ein regularer Community-Changer, wie das ACF, die Appoints Custom Fields, womit man in der Lage war, plötzlich, oder, Felder arbeiten zu können. Das heißt, man hat im Grunde, das ist das in einem Tiefen- und einen Konten- und einen Konten- und einen Konten- und einen Intakt eingeben zu können, dann war plötzlich in der Lage, dass man erweiterte Felder hatte, mit relativ wenigem Aufwand eben auch hinzufügen konnte. Das heißt, ich habe dann eine einfache Möglichkeit, dass ich jetzt sagen kann, ich brauche jetzt noch ein Datumsfeld, auch zum Beispiel noch ein Feld, um eben nicht ein Programm zu planen zu können, etc. Das tut es ja auch noch gut geworden, weil es eine einfache Möglichkeit ist, um gewisse Inhalte darzustellen, vor allem wenn es ein statisches Design geht, allerdings auch die gesamte Thematik war der Nachteil. Die Flexibilität ist halt ja auch relativ bescheiden, weil es ist dann wieder alles sehr stark vorgegeben mit den Möglichkeiten, die die Funktion gegeben haben. Im Endeffekt gab es dann mit der Version Zerreibung 1 von AZF war das, kam ein neues Welt hinzu, das waren die sogenannten Flexible-Content-Feeds, mit denen war man plötzlich in der Lage, dass man da nicht nur noch vortragende Defender hatte, wo man sagt, ich habe dort explizit eine Ausgabe von einem Text, ich habe dort explizit eine Ausgabe von einem Foto oder von einem Video, etc. etc. Und ich war dann in der Lage, dass ich vordefinierte Leons hatte, mit denen ich selbst unterscheiden konnte, möchte ich jetzt am Anfang ein Bild darstellen, möchte ich einen Titel darstellen, möchte ich mal einen Text darstellen, möchte ich mal einen Bälle darstellen oder möchte ich das ganz einfach wieder verschieben, weil ein von den Inhalten sich ändert. Das heißt, mit dem war man etwas näher der flexiblen Idee, wie das im Grunde in der Lage ist, ohne der Hilfe des Profilierers, sich individuell eine Seite, ich rede jetzt nicht von einer kompletten Werbseite, sondern von einer einzelnen Seite, dass man sich die zusammenbauen konnte. Oder auch, dass man sich einen Beitrag, einen Blogbeitrag, etwas, wie ich sage, gestaltungsfähig auslegen konnte, was man einfach die Anordnung betrifft. Das Ganze war relativ super, aber gut funktioniert an der Zeitlang, weil, wie gesagt, es war eine einfache Einladung, allerdings hatte das ganze Thema dieses Problem, dass es sehr wagen sind, intensiv, und vor allem, wenn es dann um komplexere Themen geht, wird das ganze Ding einfach sehr unflexibel. Klasse für das Geistell, man hat eine Tabelle, aber man möchte eine Tabelle haben, dass man einfach einen Inhalt mal auf der linken Seite, aber auf der echten Seite darstellt, und dann wird das Ganze schon etwas problematischer, weil das damit abzufügen, ja, ist technisch möglich, das habe ich x-mal gemacht, wenn es dann aber darum geht, dass der Kunde besser gesagt, ich möchte nicht nur einen Button hinzufügen oder ein Foto hinzufügen, sondern ich möchte jetzt aus Rechnung noch nur ein anderes Element hinzufügen, war das wieder ein entsprechender Programmieraufgang zu tun, was natürlich auch mit Postman zufolge hatte, wo die meisten Kunden natürlich dann nicht nur bereit waren, nach der Montage zu sein. Im Endeffekt, endlich kam da dann ein bisschen eben die sogenannte Flexibilität, allerdings auch mit der Lüfterung, wie gesagt, es kam da dann ein bisschen gleich entweder in dem Spiel, und das war für mich so erstens mal die Alternative zu einem klassischen Bildspieler, den man halt kennt, weil das Ganze eben sehr klar und sehr strukturiert ist, und einfach in der Anwendung für den Anwendung sehr einfach ist. Allerdings, das hat mich als Entwickler sehr gestört hat, insbesondere bei den ersten Sachen Klans kamen, es waren keine einheitlichen Einstellungen möglich, es gab generell sehr wenige Einstellungsmöglichkeiten, das heißt, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Elementor, oder auch mit einem Divi, bin ich halt leider sehr die Händigkeit, weil das dienen kann, weil im Endeffekt die Normale eines, wenn ich einen Titel habe, kann ich den Titel dort eingeben, kann dem eine Farbe zuweisen, kann oder eine Größe zuweisen, um dessen allerdings darum geht, dass ich ein individuelles Schriftwort haben möchte, geht leider auf den Standort noch immer nicht. Wenn ich jetzt möchte, einen Abstand haben, kann ich das ja bis vor knapp einem Jahr auch noch nicht, mittlerweile sind die Möglichkeit gegeben. Also kurzum, das Ganze war sehr argumentär und sehr einfach, darum habe ich das natürlich nicht vergessen, das Ganze ist natürlich auch nicht ausgeliebt gewesen vom damaligen Zeitpunkt als Bildspieler, das man halt wieder als Content-Aufbereitungsintergrund hat. Das ist auch der ganz wichtige Hintergrund, den man mich nicht vergessen hat. Was mich dann auch insbesondere als Entwickler gesteuert hat, war, dass unterschiedliche Mark-up, also sprich, die Ausgabe, die HTML-Technisch an zur Verfügung steht, dass die oftmals nicht sehr einheitlich war, unter den Blöcken, dass das sehr verschieden war, gerade noch zu Anfangszeiten, und dass ich im Endeffekt keine Möglichkeit habe, diese Tonstruktur irgendwie ja so umbauen zu können, dass ich halt auch im Endeffekt in mein ganzes, bestehendes System, sei das jetzt mein Framework oder Alternativ, auf was ich davor gebaut habe, dass ich das wieder vermitteln kann. dann steht, dass ich nicht unbedingt neues CSS schreiben muss, sondern dass ich bereits aus einem anderen Projekt bestehende Elemente unternehmen kann, die ich wieder designen kann. Und schlussendlich, CSS auch hier ganz klassisch, weil einfach ein Rewriter nicht möglich war, weil die Klassen, die es hier vorgegeben waren, und nur die Möglichkeit bestanden, dass man in diesem Kind von einer Eingabe ein paar Klassen noch hinzufügen könnte. Ich habe mich aber auch in diesem Film gestellt, weil ich kann von keinem Kunden verlangen, dass er überall dann eine Eingabe der CSS-Klasse eingibt. Das funktioniert nicht. Na ja, gut. Wie gesagt, so, ein kleiner Fehler und eine Probierung. Jetzt mal die Problematik bei der Projektumsetzung. Ein neues Projektumgesetzt. Ich bringe das ein kleines Computenwerk ab, weil ich auch erklären möchte den Hintergrund, warum wir so und deshalb das Ganze umsetzen. Es wird ein neues Projekt umgesetzt. Was passiert ganz klassisch? Das wird also installiert. Die Datenbank wird im Endeffekt installiert. Es gibt mal eine grundsätzliche Basiskonfiguration und eine Einstellung, von Seiten ersetzt, dass ich jetzt Character definiere, dass ich jetzt die Sprache einstelle, dass ich jetzt die Uhrzeiten und die Uhrzektion einstelle, dass ich die Kommentare und die Thematik einstelle, et cetera, et cetera. Alle Sachen, die wir in der Phase sind. Es wird dann ein Tablet angelegt. Die Tablet-Struktur wird entsprechend aufgebaut und natürlich auch ganz klassisch, weil das WordPress alleine schon gut halten. Sie darfst, dass wir auch in der Praxis ein altives und die nächste haben wollen. Die werden installiert. der klassische Weg, ich denke, wenn jeder, der mit der Wettentwicklung zu tun hat, wird das erkennen. Aber, ein Riesenproblem ist die Sanitisierung, weil, was passiert und ich habe das Jahre langsum gemacht, ich habe ein Projekt fertig gehabt, das nächste Projekt kam, was hat man gemacht? Man hat das alte Projekt probiert, weil es hat dort alles wunderbar funktioniert und man kann dort wunderbar sehr viel beseiteln, ausgewertes Design, aber sonst noch wunschprodukt ist es immer selber. Also, das macht man, dann probiert man das konkrete Team und probiert alles mit was, da drin ist. Und mindestens es hat mich das Jahre lang zu betrieben, weil es war der einfachste Weg, um relativ schnell von scratch wieder starten zu können. Was aber noch weitergemacht, Frageeinstellungen haben wir einmal exportiert und haben sie dann anschließend importiert. Ja, ganz klassisch wäre jetzt zum Beispiel bei ACF, dass man dort Fehler angelegt hat, eben mit dem Facebook Content, super, also was hat man gemacht, hat sie aber exportiert, hat sie direkt importiert und wo man sie dann zur Verfügung hatte für das neue Projekt. Und im Endeffekt, wenn man jetzt schon fertige Plassen, fertige Funktionen oder fertige Objekte gestiegen hat für sich und man hat sich für das Projekt entsprechend alles benötigt, was macht man, weil sie die eigenen Plassen sind, man schreibt sich direkt um. Das heißt, man baut sie nicht so, dass man relativ einfach mit einem Hub das Ganze arbeiten kann. Was passiert? Standardisierung ist dahin, weil dieses Projekt ist zwar irgendwie gleich, aber so eine richtig hundertprozentige Gleichheit überall ist dann nicht mehr gegeben, was im Anschluss eine Erwartung zwar nicht unmöglich macht, aber deutlich schwieriger macht. Klassischer Fall. Ich habe eine Funktion, womit ich ein Pin ausgiebe, sprich jetzt einmal die Bit-Ausgabe kennen, da sind doch die ganzen Schema-Org-Informationen hinterlegt, die Alt-Texte, die Attribute etc. etc. Jetzt kommt eine Kleinigkeit, die jetzt allertiert werden soll, weil von Schema-Org-Erwartet kommt, wo man das nachziehen muss. Ja, jetzt habe ich aber das Problem, jetzt kann ich das an einem Ort nicht einfach kopieren oder dem anderen einfügen. Warum? Weil es bei dem anderen Beutel eine leichte Attabierung gab und dort ist TSS nicht nur so als ohne Klasse, das nicht meines ganzen Endes ist. Jetzt müssen wir hier umbauen. Ich habe hier nicht in der Lage mit relativ wenig Auffahrung, die einfach kopiert ist. Also, was macht man? Man erarbeitet einfach die Sachen direkt und hat halt einfach sehr gebraucht. Die Lösung ist einfach eine Standardisierung und Einheitlichung, die ich dann im Endeffekt vor rund 3,5 Jahren gestartet habe, noch damals in meiner Unions-Selbstständigkeit, in der ich mehr eigenes Veränderung aufgebaut habe. Was ist denn im Endeffekt richtet oder wie ist das Ganze aufgebaut? Es gibt im Prinzip zwei Sachen, die mir ganz wichtig sind. die Basis- und Seitenfunktionalität wird bei uns ein sogenanntes MU-Plugin ausgelagert. Warum mache ich das? Weil es für mich nur wichtig ist, dass ich diese Funktionalitäten habe und das für mich essentiell ist. Also es läuft das ganze System nicht. Unvergibt das nicht als Plagin einfach nach, sondern sagt mich, das ist ein Master-Uns-Plugin, ohne dem läuft das nicht. Das Ganze wird ganz einfach mit BitHub entsprechend aktualisiert und mit dem Wort hineingelangt. Was ist mit diesem MU-Plugin hinterlegt? Klassische Custom Post-Types, Taxonomies, Custom-Fields, Adoptierungen, was das Abil-Backend betrifft, diverse Head-Pro-Funktionalitäten und Objekte, die ich eben geschrieben habe, sei es für eine Bildausgabe, sei es für eine Überschriftenausgabe, etc. etc. Also Basic-Blocks, die ich erstreckt habe. Zu dem komme ich im Nachhinein gleich. Und ich trenne das aus dem einfachen Grund, weil man darf nicht vergessen, ein Film ist schlimmer gut. Aber viele vergessen, das Film hat im Endeffekt nur eine Aufgabe. Es soll ja einfach keine Darstellung ermöglichen. Und trennen daher oftmals nicht die Funktionalität von der Seite. Weil was passiert, wenn ich drei Jahre später einen Relaunch mache von der Seite? Da müsste ich leer gehen und müsste wieder anfangen und müsste dann alles herausfragen, was in der Seite ist. Und müsste das in das neue Film übertragen, nur damit ich dann eben einen neuen System aufbauen kann. Damit das auch eben getrennt ist, sage ich Ihnen klar, dass eines einmal in der Datenbasis, bei den Custom Post-Tiles verändern sich nicht, das ist immer dasselbe. Das werde ich immer brauchen. Pro Projekt natürlich im Bild. Ich werde immer das selben Klassen-Feeds haben. So bin ich in der Lage bei einem Projekt, das vielleicht alle zwei, drei Jahre in der Relauncher fährt, dass ich dort nicht bezwungen bin, all diese Sachen neu nachziehen zu müssen, weil sie einfach schon für uns dann und wieder da sind. Somit brauche ich nur noch mich um das Team kümmern, das dafür verantwortlich ist, dass es im Endeffekt einer Ausgabe im Endeffekt wie kann ich das Ganze jetzt dann weiter? Ich gehe her, bewusst und baue in dem, was ich im Architektur von dem Job habe, von der Hubs ein, also sprich Actions und Filters, womit ich in der Lage bin, dass ich mit jeder Zeit pro Projekt individuell mit den Dingen erweitern kann, die ich sie brauche. Das heißt, ganz klassisch zum Beispiel, ich zeige das alles vor dir her, wir haben zum Beispiel einen Block gebaut, der im Endeffekt dafür verantwortlich ist, dass ein Queer-Universität ausgegeben wird. Das war ja bis vor einem halben Jahr nicht möglich, auf Box von Nerdpress, außerdem ein paar Fragen zu besinnen, und ich habe eine sehr spezielle Erfahrung, was das betrifft, weil ich möchte, mit relativ wenig Aufwand, eine Queer-Universität ausgeben können, und möchte den aber auch den Funken ermöglichen, dass er selbst einspringen vorgibt, dass er sagt, ich möchte da jetzt nicht einen klassischen Teaser haben, oder eine Teaser-Box, in einer Listendarstellung, und ich möchte, dass das in einer Pre-Darstellung funktioniert, ich möchte auch mit dem festlegen können, wie viele Posts ausgegeben werden sollen, ich möchte aber auch festlegen können, von welchen Kassenposter das zum Beispiel auch kommt. und ich möchte, dass wir jetzt nicht einen klassischen Teaser haben, dass wir jetzt einen klassischen Teaser haben. Wenn ich jetzt jede Seite erstelle, ganz klar, schließlich jeder kennt, habe ich hier ganz normal die Funktionen reden, dass ich hier... Jetzt möchte ich noch einmal einen Punkt vielleicht. Vielleicht ist es ein bisschen besser. So. Im Endeffekt bin ich hier immer so genau die Kette und den Null aus, sondern nicht das, worum ich meine bitte eine Kategorie und Ansicht haben möchte. Mit der bin ich in der Lage, hier auf der rechten Seite, wie man das hier sieht, jetzt ein bisschen größer. Aber wie gesagt, die Möglichkeit, dass ich hier sogenannte Layout-Types ausgeben kann. Das heißt, im Klassischen, dass ich einen Tweet haben möchte, einen Slider haben möchte, eine Liste haben möchte und weil das Projekt noch sagt, es gibt nicht nur einen Standard-Tree, es gibt nicht nur einen Slider und es gibt auch nicht nur eine Liste-Ausgabe und die Antworten muss auch, dass ich zum Beispiel drei und vierhundert Euro gibt. Ich zeige das auch gleich. Jetzt bin ich hier einmal aus dem Poster, den ich haben möchte. Zum Beispiel, da sagen wir jetzt noch einmal Branche-Verzeichnis. Das heißt, das Ganze, was veröffentlicht wurde und ich kann hier noch die Post-Anzahl festlegen, ein bisschen zu Stück und das wird jetzt einfach mal ganz normal als Liste dargestellt. Jetzt könnte ich doch sagen, ich möchte das Ganze noch ein bisschen filtern, weil ich möchte nicht alles ausgeben, und ich möchte das auch aufgrund des Taxonomics mit Branchen zum Beispiel etwas regulieren und sagen, bitte zeig mir alle, die aus dem Bereich aus Mobilbehinder sind und damit das hier auch entsprechend bereits gefiltert wird. So, das ist eigentlich schon gut. Jetzt sagt der Kunde aber, ich hätte gerne eine 3-Jahre-Ansicht und schaue einmal auf einen gewissen Design oder auf eine gewisse Zeit auf einem Führer-Lay-Out. Damit der Kunde da nicht viel über das Potenzial angehen muss, habe ich hier einfach eine Liste mit dem, mit der ich in der Lage bin, das hier einfach angehen zu werden. So, das ist eine Paralität. Das ist wirklich eine Paralität. Aber, was hätte ich jetzt normalerweise gemacht, wenn ich jetzt klassische Filmentum verklette? Ich würde jetzt hergehen, ich würde jetzt mal in HCF auf die Einstellungen gehen, würde das dort erweitern, indem ich sage, bitte fügt mir in der Ausgabe-Listung noch einen weiteren Wert hinzu, damit ich eben diese Ausgabe erreiche. Das ist mal das eine. Und zum anderen müsste ich dann aber hergehen und müsste mir doch im Hintergrund die entsprechende Abfrage ankommen. Damit ich lieber das genauer spare, weil ich würde jetzt vielleicht jetzt nicht nur ein 3er-System, nicht nur ein 4er-System, aber vielleicht auch ein 5er-System oder eine andere spezielle Ansicht haben, bin ich in der Lage, mit einem einfachen Filter, das ist mir nicht ganz spezial, mir hier offensprechend erweitern zu können. Doch man kann sehen, ich kann schnell und einfach auf Basis von standardisierten Themen, die ich vorhin habe, ich verwende das immer wieder, den Setting-Block, er ändert sich nicht. Bin ich relativ einfach in der Lage, mir das selbst erweitern zu können, weil ich mir die Gedanken aufnehme, bis mal einen großen Gedanken zu machen, dass es dafür einen Rufs gibt, mit denen ich relativ die Verzügigung einfach die Werte oder irgendwelche Einstellungen noch erweitern kann. Gibt es an der Stelle noch Fragen, die vielleicht zu verantworten sind? Einmal weiter. Wie ich vorhin erwähnte, zwischendurch weitere Änderungen kontaktieren Folgen komplett nur auf Hingegende. Das heißt, ich greife im Endeffekt mit dem Mastus-Plugin nicht mehr an. Ausgenommen, ich mache eine bestimmte Änderung, die jetzt für alle oder die auch dauerhaft sein soll, nicht nur das Projekt-spezifisch. Das ist das, was ganz wichtig ist. Das Trennen vom Haus aus ist einfach das, was das Standard ist. Und das andere, was ich erweitern möchte, kommt nur in das Innen her. Die ist komplett getrennt von der eigentlichen Natur. Was ist das Ziel? Wie schon angesprochen, Nachhaltigkeit. Weil ich damit in der Lage bin, relativ standardisieren arbeiten zu können. Weil ich eine schritte Trennung der Basis habe, die funktioniert, und ich kann jederzeit diese Basis erweitern, und aktualisieren. einmal komplett umbauen, und kann relativ einfach auf allen Seiten den Basisvertrag haben, das dort nachschießen, und kann damit gewährleisten, dass ich überall einen aktuellen Stand habe, ohne dass ich individuell jedes Projekt nochmal angreifen muss, und vielleicht etwas nachziehen müsste, oder auch explizit anziehen müsste, eben funktioniert das eigentlich. vor Ort ist für mich, aufgrund der gesamten Arbeitsbasis, dass wir eine sehr schöne Umsetzungszeitung haben, das heißt, wir können eine kleinere Seite innerhalb von zwei Tagen komplett umherbringen, oder irgendwie vorausgesetzt, der Kunde liefert alles an, was notwendig ist. Das Design steht, das ist alles abgenommen, das ist natürlich der ganz klassische Weg, den bleibt den ein oder anderen wir kennen. Zu Themen wie Export und Importe entfallen wir auch. Warum? Ich habe mir etwas zu fragen, was macht das? Da sind gewisse Anweisungen drinnen, in denen ich drittend nach sage, die Custom-Feeds kann ich nicht mehr hinschlafen nehmen, sondern die werden automatisches gesenfreien Unternehmen unterlegt, dort gibt es gewisse Anweisungen, dort wird auch festgelegt, welche Fälle es gibt, und wenn ich die Reitern möchte, dann sind sie nicht nur wie dieses eine Fälle weiter, dann sind sie nur alle Fälle weiter. Wenn ich individuelle Fälle hinzufügen möchte, mache ich das wieder auf der Filmbasis, weil es expliziv für dieses Projekt gedacht ist, und nicht den kompletten Standard betreffend. So, ich werde euch die ersten Frage das hat sich mit gutem Web zu tun. Warum mache ich den ganzen Spaß hier? Ganz einfach, weil es um die Standardisierung geht, weil ich habe ein großes Problem, es hat keine Standardausgabe, die mir, beziehungsweise uns nicht gefällt, allein in diesen Nachteil. Ich habe keine eindlichen Einstellungen, wie ich schon bereits angemeldet habe, ich habe wenige Einstellungsmöglichkeiten, ich habe unterschiedliche Mark-ups, auf Grunde-Ton-Ausgabe, die einfach sehr verschieden ist, und ich bin nicht in der Lage, dass in mein bestehendes CSS-System, wie ich es vorgebe, sprich mit BEM, das Web-Block Elemente in den Grunde-Ton-Feier, dort vernünftig in den richtigen zu können. Was mache ich? Weil der Einfaches mit der Funktionalität genannt sie von der Block, mit der gehe ich her, sprichwörtlich ist auch das Ganze. Ja, das ist nicht der hundertprozentig richtige Weg, das muss ich jetzt auch gleich dazu sagen, aber es ist ein Weg, und es ist auch der Sinn und Zweck der Überschrift, die wir gewählt haben für den heutigen Vortrag. Es ist ein alternativer Weg, wie ich im Gutenberg in mein System komme, damit ich überall eine gleiche Ausgabe erziele. Warum? Dadurch erreiche ich ein einheitliches Markup und ein einheitliche Struktur. Ich werde nämlich mein beliebtes BEM-Poketieren, zu dem ich es haben möchte, und ich habe meine einheitliche Einstellungen, die ich auch haben möchte. Warum mache ich das? Wenn ich ein Bild, wie gesagt, habe, habe ich einen Teaser zum Beispiel. Dort ist der Teaser angegeben, der hat immer dasselbe Bildstruktur oder das Bild immer gleich aufgebaut. Das heißt, ich habe immer eine Source, das ausgegeben wird, ich habe immer den Altartig-Boot-Text ausgegeben wird, ich habe die Schemoback-Implementierung. Das möchte ich aber bitte auch, wenn ich den Inhaltarten betruten werde. Ich möchte das mit eins zu eins selber ausgabevoll. Und da rede ich jetzt nicht von einem Bild, da rede ich auch von einem Video, da rede ich von einer Tabelle, da rede ich von Spalten, da rede ich von Überschriften, Texten, von Balken, etc. Also überall, egal ob das jetzt im Teller stattfindet, wo ich es selbst probiere, als auch im guten Wert. Das ist immer ein einheitliches Standardheilungsstruktur, was die Domstruktur betrifft. Was hier ganz wichtig ist, das ist das, das heißt, ich würde jetzt sagen, der Werder, gehe einfach her, programiere deinen eigenen Blog und du brauchst die ganzen Standardreferenten und du hast Spaß mit der Arbeit mit, wenn der Blog das Ganze zu manipulieren. Das ist richtig. Allerdings nicht der Meinung, die die Folgenblöcke mitgegeben werden, also wie gesagt, Überschriften, Text, Fotos, etc. liefern eine gute Funktionierung für den Kunden und das ist grundsätzlich. Weil ich kann direkt in Editor rein klicken, ich kann das direkt bearbeiten, ich habe die wichtigsten Funktionalitäten drinnen, sei das jetzt, dass ich jetzt eine Frage ändern kann, sei das jetzt, dass ich eine Größe ändern kann, sei das jetzt teilweise, dass ich eine Schifte ändern kann, zum Ziel darum war. Ich brauche nur die Informationen im guten Werk, damit ich auch weiß, was ich dann probieren kann. Und mit dem ich bin dann in der Lage, nur das herrlich einfach aufbauen zu können auf den verschiedenen Flöcken rein, um das gerade nicht wirklich neu erfinden und ich möchte da jetzt so viel Zeit nehmen mit einer neuen Entwicklung von irgendwelchen Flöcken, nur damit sie dem System passen. Bloß das Ganze einfach mal der Nachweil, wer das dann noch herrlich hat, schon eine bestehende WordPress-Webseite, aber noch aktiv mit guten Werk und hat dort jetzt zum Beispiel auch einen 3021 installiert, weil wir mit denen jetzt sehr glücklich waren und mit denen konnte man auch wunderbar eine Unternehmens-Webseite bleiben, sagt jetzt aber, ich möchte jetzt eine interne Webseite haben, die genau auf meine CD zugeschrieben ist, möchte aber gerne den Kontakt durch zu den Unternehmern, da müsste man jetzt selber benutzt, alles gut darüber eingehen, ich bin in der Lage, dass sich die Standard-Webseite schon verwendet worden sind, also wie gesagt, klassisch Texte, Überschriften, etc., dass sich die in das bestehende System unternehmen kann. Alternativ, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt das Wort von der Vorredner, man kann das mit Blockdesigner verwenden, schaut ihn noch gerne nachher an, das ist glaube ich nicht ein interessantes Ding ist, wie verwenden zumindest von ACF der Möglichkeit, dass man damit Blöcke erstellen kann. mit dem, mit dem ich in der Lage sich halt nur relativ auch einfach auf einer PHP-Umgebung, das ist halt eben auch das große Problem bei Gutenberg, weil ich halt alles auf Tower ganz interessiert, ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht sicher, auf jeden Fall habe ich das Problem damit, dass ich mich wieder in neue Sprache einarbeiten muss, was ich eigentlich gar nicht möchte, weil ich habe noch ein System auf PHP, da bekommen wir das dann, was ist, dann habe ich damit die Möglichkeit, mir relativ einfach, Blöcke dort aufbauen zu können und, das ist das Schöne, ich habe auch die Möglichkeit, dass ich dort die Folkblöcke, die wir schon von Haus aus mitgegeben werden, wieder mitverwenden kann. Ortlöcke für mich, ich habe meine Struktur wieder, ich bin wieder der Lage, dass ich das Ganze sehr einfach standardisieren kann. Genau, im Endeffekt, das war der Vortrag, im Großen und Ganzen, ich bin jetzt hundertprozentig technisch dabei, ehemals im Grunde nicht, warum der Punkt nicht damit da ist und was haben wir das gemacht und ich danke für die Aufmerksamkeit und für die Planung zu gehen. Wie halten Sie das Mast-Youth-Plugin up-to-date? Wird das über die WordPress-Updates mit dem Server aufgeschaut? was auf uns erst über Git und ich habe mich aktuell sieht, weil es in einem Massivgrad ist und so habe ich mich mit abgeführt. Das ist die klassische Tril-Operty. Wie geht es dir? Du bleibst mit dem Render-Blog in die HTML-Struktur, oder? Es geht aus die Mehrmöglichkeit, weil du kriegst zwei Werte dazu, das ist einmal ein Blog-Content, also sprich das mit der Ausgabe und zum anderen gibt es auch klassisch die Blog-Content, um hinzuwerfen. Das ist leider eigentlich das große Thema, das muss ich sagen, es ist nicht für 100% gerecht gerecht werden, weil du hast kein riesen Thema, wenn du etwas akkumulierst, weil du eine neue WordPress-Fraktion kommt, kann es nicht sein, dass die Attribute dort nicht mehr da sind, ganz glöckig, weil sie einfach nicht durchgegeben werden, oder sie werden einfach ungenannt. Das ist ein ganz großes Problem. Aber ansonsten gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass man mit dem Blog-Content den HTML-Content haben möchte, ich bekomme, also klassisch dann bekomme ich die ID, mehr brauche ich nicht, weil das ist das, was für mich essentiell nicht gewisst, und dann gehe ich einfach nur noch her, das kann ich noch kurz zeigen. Das heißt, du verwende gar nicht das klassische HTML von dem Blog, sondern du machst das ganze HTML selber. Genau. Weil, das ist auch das Thema, ich habe bloß das vorhin angesprochen, in Rebusable, kann das sein, oder wie war das? Entschuldigung, ich habe, nein, das ist natürlich das klassische Thema, was passiert, wenn ich natürlich den Inhalt über Java entsprechend manipuliere, über JavaScript, ja, das ist etwas Problem, wenn es eine Erinnerung gibt, auf einmal ist das Teil nicht mehr abrufbar, oder er zeugt ein Problem und sagt, bitte, würdest du mich ausbessern? Das ist der oftmals der Fehler, was dann kommt. das was ihr, oder was ich halt im Alternativster mag, ist zum Beispiel jetzt bei einem Foto, das kann ich euch kurz anschauen, ich habe hier den Block for Image, und ich habe hier im Endeffekt ganz klassisch, dass ich im Anfang sag, bitte, wenn du das Dataponto ID hast, also was das Medium das Medium ID, das Medium ID beträgt, wenn du die hast, dann biete es also net Finity, und sage dann einfach über meine, über mein Object, was ich dazu habe, bitte fügt es dort ein, und ich kriege darüber, im Endeffekt in einer ganz einfachen Ausgabe zu geliefert, mit der ich in Lage bin, dieses Video durchwerfen zu können. Das heißt, ja, ich greife ihn komplett hin, ich glaube, du kommst mit einer, den ich hin, dann bin ich mir. Wie aufwändig ist das mit den Gutenberg-Updates, also wie sehr müsst ihr da dahin sein? Ähm, da sind jetzt die Updates nicht so niedermäßig sind leider Gottes, circa 1,5 Tage fallen da ein, weil der Anwalt einfach nicht so getestet hat. Wir haben, wie gesagt, eine Testumgebung, wo dann alle dann aufgelistet werden, und das sieht man eh ganz dran laufen, so funktioniert das auch, so funktioniert das nicht, dann muss man halt in gewissen Sachen reingreifen. Wie gesagt, es ist nicht 100%ig tolle Weg, das ist mir bewusst, aber es ist halt eben ein alternativer Weg, um das Ganze in sein eigenes System halt so integrieren zu können, dass man sagt, ja, es ist eine Möglichkeit, dass man halt in so einen Corona-Untersuchung hat. Vielleicht auch Ihnen kurz zu anmerken, warum mache ich das? Oder was ist das Ziel von dem Ganzen? WordPress ist super, ich mache so viel als mit WordPress, aber es geht halt einfach auf andere Städte, wo kein WordPress verwendet werden kann oder auch darf, weil einfach die Anforderung dazu nicht da ist. Da habe ich einfach nur normale alten Ad-Seiter, weil einfach eine klassische Ad-Seiter mit der Bearbeitung nicht notwendig ist. Da will ich aber nicht wieder anfangen, das CSS neu schreiben und irgendwie alles mal aufzubauen, sondern ich will das Ganze recyceln, die Dokumentation in der Lage, dass ich gerade sage, das, was ich ja schon im Hintergrund bei WordPress verwende, was das Pin betrifft, vom Styling her, kann ich im Einzelnen so nehmen und kann ich dann auch auf eine ganz normale, klassische, klassische, Ad-Seite betragen, welche Inboard-Sendung schon gehört, das ist der Hintergrund der Geschichte. Ganz kurz, du sagst du, dass die vier Personen und Mitarbeiter hier arbeiten, wie einfach für euch das Onboarding auf die Grieche? Ja, relativ einfach, weil es ist ein Dokument, wo im Grunde genommen ganz genau zwölf Objektklassen aktuell vorhanden sind, wo im Grunde genommen dokumentiert ist, was macht dieses Objekt. Das heißt, man ist dann in der Lage, herauszulesen, dass das Objekt für Fotos, welche Parameter gibt es zu übergeben, wie sehr sich die und kann ich die und kann ich die und kann ich die bearbeiten und dann ist es dasselbe und wie gesagt, dass das immer wieder dasselbe System ist im Großen und Ganzen kann man es auch einfach kopieren und man versteht, nein, nein, man darf nicht einfach auf einer Zeit, was macht man eigentlich auf dieses Objekt. Also von dem her zählt sich ganz gut grenzen, weil ich muss noch einen Entwickler, das ist zumindest meine Sichtweise voraussetzen können, dass er eine einfache Dokumentation, die zwei auf vier Seiten hat, für jedes Objekt, dass er das bitte auch lesen kann, auch nach 10, 20 Minuten beschreiben, dann ist das so drastisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan, war wirklich sehr interessant. Ein abonnenten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Applaus